Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 1. Wir sind hier in dem sehr verqueren Müllverarbeitungs-, also schlimm, ich habe den ganzen Kram auf Englisch im Kopf, in der Müllverarbeitungsanlage und haben gerade hier ein paar Minen weggeschossen und wollen nochmal sehen, was sich dahinter verbirgt. Entschuldigung. Ich bin mir sicher, diese Rollen hier verheißen nichts Gutes. Da müssen wir bestimmt immer hin und her springen. Speichern und springen. Dann nochmal speichern. Und jetzt geht es nach oben. Und hier geht es in einen Zerhäcksler. Aber lassen wir uns jetzt nicht einfach reinfallen, sondern machen das mal so. Und speichern ab, bevor wir beherzt hineinspringen. Dankeschön. Nachdem das alles 20 mal durchgematscht und sonst was wurde, landet es hier und fällt in einen Poolgrün mit grünem Schleim. Nur ich nicht. Ich bin schrägzeitig vom Band gehüpft. Damit haben wir das auch geschafft. Fragwürdige Ethik. Genau das bin ich von den Fischern gewohnt. Tatsächlich lade ich nochmal. Waffe, genau. Schusswaffe will ich haben. Da ist Strom und der blockiert mich und wahrscheinlich steht der ganze Zaun unter Strom. Was Sinn macht, damit diese Tierchen nicht raus können. Ja. Das hat man gehört. Okay. Einfach mal ein paar beherzte Schüsse. Übrigens, Munition ist fast leer. Was müssen wir hier? Okay. 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 Der konnte sich befreien. Hm. Da kam ich doch her, oder? Ja. Ja. Ah. Ich kann aber meine Lebenselgie aufladen. Ich überlege gerade, wo ich hin muss. Ähm. Ach so. Das hätte gereicht. Okay. Das hätte gereicht. Ich habe mir eben gerade gedacht, das Glas kann ich das hier kaputt machen. Und was ist das hier? Okay. Okay. Oh, das wird jetzt platt. Das war aber tagelang, um aufzuladen. Oh. Soldaten. So. So. Die Kälte könnte das sicher auch gegen die Säte anverwenden. Okay. Ja, dann machen wir das doch. Dann komm mal mit. Aber immer vorsichtig. Der hat nicht gemerkt, dass sein Kamerad gestorben ist. Interessant. Und der rennt sofort hin. Und der rennt sofort hin. Laden wir es mit dem Anzug aus. Ja, ich bin ein Spieler, der eigentlich eher vorsichtig und heimlich spielt. Ich bin eigentlich eher ein Schleichspieler. Auch in Pin & Paper Rollen spielen oder so. Viel, viel Liebe. Moment. Da war Mission für die. Noch mitnehmen. Also noch mal hier hoch und gucken, wo es hier hinging. Hier ist noch so ein Raum. Komm mal mit. Wieso lässt er die raus? Wahrscheinlich, dass ich jetzt hier drauf drücken kann. Und die Headcrabs alle kaputt machen kann. Und trotzdem nicht wirklich sehr effektiv für die Headcrabs. Da kann ich mich auch so machen. Okay, erstmal speichern. Was ist das? Was? Eine Waffe, die lebendig ist. Und das muss ich eigentlich mal ausprobieren. Okay, die 10 zu den. Okay. Nett. Aber nicht wirklich meine Waffe of choice. Okay, hier ist alles vermint. Biohazard. Infektiöser Müll. Minen. Okay, ich glaube, die haben das nicht für mich vermint. Wenn ich den Toten da sehe mit den Minen in der Hand. Das war in die Luft. Oh ja. Und diese Freunde hier. Siegen wollen. Wechselt ja nicht von Leiden die Waffe, wenn er keine Munition hat. Oh gut. Da war nichts dahinter. Okay. Hier ist irgendwas aktiv. Das sieht nicht gesund aus. Ja, guck, die kommen wir ja ganz gut an. Der Klobar. Okay. Die Headcrabs hätten wir auch erledigt. So. Gucken wir mal weiter. Was heißt hinter dieser Tür? Ja. Der Ausgang. Okay. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal wieder aufladen. Was nach der Explosion noch nötig ist. Also hier war der Ausgang. Und hier war... Wieder irgendwelche Gläser, die kaputt gehen. Ich lasse die erstmal ihren Kampf austragen. Weniger Gegner, um die ich mich kümmern muss. Okay. Und den Laser. Ah ja, okay. Ich würde sagen, das soll das heißen. Überladen. Dafür habe ich jetzt eine neue Waffe. Also nicht die Waffe überladen. Okay. Und da war auch schon die Batterie leer. Da das irgendeine Strahlenwaffe ist, müsste es eine Batterie sein. Dann sage ich jetzt nicht mehr weiter. Dann können wir mal, ob wir hier Energie-Munition finden können. In den Deckungen. Aber... Da wir das Spiel vereinfacht spielen, brauchen wir die Deckung nicht. Den Laser noch an. Ah, das ist Munition für die Strahlen-Energie-Waffe. Und das ist München. Und da wird hier spunkt in der�� Und noch ein Laser. Die kommen hier alle zusammen. Und jetzt können wir hier den aktivieren. Das war mal antiklimatisch. Aber hier steht der No-Up Strike Laser Shield und wir halten uns aber nicht dran. Wir schieben mal diese Kiste einfach so hin, dass dieses Schild nicht runter kann. Und machen den Laser nochmal an. Und lassen uns von dem Laser die Wand frei schmelzen. So. Natürlich können wir hier nicht einfach... Runterspringen. Genau deswegen. Das war jetzt blöd. Ich guck nochmal, ob ich da hinkomme, ohne... ...so viel Schaden zu nehmen. Das war schon besser, oder? Ein Wissenschaftler, dem Himmel sei Dank. Wollen Sie uns hier raus, bevor Sie den Militäridioten herausfinden, wo wir uns verstecken. Alle von uns haben eine Freigabe für den Retina-Scaler. Kommen Sie mit uns in die Lobby, dann können wir aus dem Labor wieder raus. Sie müssen aber zuerst die Median-Hand abstellen. Peters hat sie eingeschaltet, aber ich fürchte, er hat es nicht wieder bis hierher zurück geschafft. Okay, die dreht sich hier und dann kann ich mich hier so drucken. Okay. Alle von uns haben eine Freigabe für den Retina-Scaler. Und damit kriegen wir die Midi-Einheit aus. Das ist ja halt zurückgeschafft. Ja, also ich hoffe wirklich, so bisschen war ich hier also dann los. Dann wollen wir doch mal in die Lobby. Ich muss den richtigen Weg finden. Das war, wenn ich mich hier und dann geradeaus. Ein Wissenschaftler reicht, ja. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass hier noch eine Horde Gegner wartet. Hier, Retina-Scanner. Ich würde da nicht rausgehen, aber ich lasse die Kollegen wissen, dass hier auf dem Weg ist. Schauen wir mal die Hölle los. Hier war ein Erschießungskommando am Werk. Hier geht es nicht weiter. Selbstschussanlage auf dem Dach. Sehr schön. So, eine weg. Zweite weg. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich diese Dinger zum Experiment hole. Sie extrudieren einfach und machen den Weg frei. Sehr schön. Was ist hier um? Ja, Energie. Die Tür bleibt nicht lange auf. Okay, die Fässer sind doch explosiv. Gut zu wissen. Nicht jetzt. Ja, ich weiß, ich weiß, ich habe nicht sehr gut gezielt. Aber hier sind auch Heilungspacks versteckt. Gut, so. Dann, okay. Dann mal ins Wasser. Ja, das war die Geschichte, dass die meisten Waffen hier drinnen nicht funktionieren. So, ich werde jetzt erst mal sterben. Also, ich muss hier unten wahrscheinlich dieses Ventil öffnen. Dann springen wir doch gleich ins Wasser. Dann springen wir doch gleich. Hier kann ich hoch. Hier kann ich hoch. Hier kann ich hoch. Dann, dann hier rein. Ich würde die Blumenkontrolle anmachen. Hier bin ich relativ sicher. Also, gucken wir jetzt nochmal. Ups. Bin ziemlich sicher. Nein, die funktioniert hier nicht. Aber gut. Es sind da zwei von denen. Ich muss hier nämlich das Ding aufmachen. Das ist genau das Problem. Die zwei sind im Weg. Und ich habe nicht die Waffe. Ich verstehe jetzt gerade nicht, was von mir erwartet wird. Ich habe nicht die Waffe, um die zu siegen. Das ist mir gerade unverständlich. Die kann ich vielleicht diesen Hubschropfen schon machen. Das war doof. Der Kreist hier, wenn ich mich hier oben muss, dann hier zu bekommen. Ja. Tatsächlich habe ich jetzt schon mal ein Problem weniger. Aber diese zwei Fische, die sind noch ein Problem. Weil die greifen mich einfach an. Und ich kann da nicht viel machen. Wie man sieht. Also, ich weiß, ich muss hier durch. Ich muss das aufmachen. Oh, die hängen direkt davor. Pff. Ich habe keine Chance. Natürlich, ich könnte einen abschießen, wenn er so an die Oberfläche kommt, wie eben. Na gut, du wirst die Wolken die Leiter. Danke. Das hat funktioniert. Das war doch nur einer. Na gut, dann kann ich jetzt hier hinschwimmen und aufmachen. Auf, 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 auf. Dann dauert das lang. Ich fülle hier schon die Lebensenergie. Schnee da rein. Das ist das Falsche. Schnee wieder raus. Und nach oben. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Okay, dann kann ich es nochmal probieren. Die linke Seite. Einmal aufdrehen. Was natürlich gefühlte zwei Tage dauert. Plus Lebensenergieverlust. Und da ist auch nichts. Jetzt muss ich tatsächlich mal mal nachschauen. Was das Spiel von mir will. Ich vermisse hier, dass das der Weg ist. Durch diese Turbinen-Dinger durch. Ich speichere nochmal und probiere es nochmal. Und werde einfach auf gut Glück dorthin durchgehen. Das schwimmt nach oben. Okay. Ja, okay. Das gut Glück ist es. Durch die Schwärze hindurch. Ach ja. Manchmal ist die Lösung so einfach. Und hier können wir wieder aus dem Wasser raus. Bevor wir uns noch eine Erkältung holen. Noch so ein Hubschrauber. Das ist gut, weil mit dem hier konnten wir ziemlich gut die Hubschrauber besuchen. Da kommt der wieder. Da war er eben. Das ist ein Paket. Okay, dann wollen wir mal bei uns vorsorgen. Das war blöd. Das Problem ist, wenn ich die rechte Wasserste gedrückt halte, lädt das Ding sich auf. Aber gleichzeitig wenn es sich auflädt muss ich irgendwann auch loslassen. Ansonsten überlastet das, wie wir das vorhin gesehen haben bei unserem Freund, dem Wissenschaftler. Das war ein Treffer. Einer. Und damit haben wir die Hunde geholt. Drei aufgeladene Treffer aus der Waffe reichen. So, die Kakteen. Da gehen wir nicht vorbeikommen. Oho. Da liegt die Energie für den Anzug. Energie jetzt auf 15%. Energie jetzt auf 30%. Energie jetzt auf 45%. Und dann wieder hier hoch. Ich gehe mir schon davon aus, dass es hier weiter geht. Ja, hier geht's durch. Okay, hier haben sich die Headcrabs vergraben. Und hier ist noch so ein Tier. Da soll man möglichst außerhalb der Reichweite bleiben. Oho. Oho. Ich kann mich hier auch mal in der Schuss. Ich kann mich hier baldieren. Ich kann mich hier nur meinen Ge99-3-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-6-7-7-7-7. auf transformationslaufen. Ok, hier sind wir wohl durch. Soviel zu dem Thema. Gucken wir mal, was das hier tut. Das ging kurz weg. Ok, wenn es ein paar Mal schießt, verschwindet es kurz. Und hier kann man durch. Minen? Oh nein. Ok, dieses Gebiet ist vermied, also sollte ich wohl hier außerhalb des Minenfels bleiben. Und da die Minen sind, dann kann ich hier außenrum dran vorbei. Oder auch nicht. Woran erkenne ich, wo die Minen sind? Oder kann ich irgendwie hier so da rauf? Also ich weiß jetzt, hier ist eine Mine. Die ist ziemlich groß, ok. Glück gehabt. Ah, ich kann die Minen abschießen. Interessant. Auch so eine Stelle, wo ich nie wusste, wie ich da durchkommen soll. Weil irgendwie die Minen für mich... äh... Ja... Ich bin einfach so wie eben zufällig explodiert. Wieso bin ich jetzt explodiert? Vorhin hat es so funktioniert mit dem Draufschießen. Wie gesagt, irgendwie... Reiner Zufall, ob man explodiert ist oder nicht. Und so fühlt sich das für mich auch heute noch an. Ich versuche jetzt gerade mal hier über die Gesteins-Geschichten drüber. Ah, wie... Ich bin mir sicher, die Lösung ist ziemlich einfach und ich bin einfach nur zu blöd. Oh, da kommen wir halt nicht drauf. Aus anderen Gründen. Ok, das ist scheinbar nicht... So eine Kondition habe ich auch gar nicht, dass ich alles anschießen könnte. Genial. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Eigentlich glaube ich ja, dass ich hier so rein muss, aber... Ich wüsste nicht... Ich dachte, das hätte ich mittlerweile abgeschossen. Das Stück. Geht das für da hin? Ich habe das Gefühl, ich muss hier da rein. Okay... Nein. Jetzt hänge ich hier drin fest. Und da draußen ist so. In dem Kaktus war ein Headcrab. Ist das wirklich, wie es gedacht ist? Und wo muss ich hin? Herrlich. Also dass man mit der Pistole so eine Mine trifft ist ja echt zufällig. Vielleicht ist das auch noch ein Bonusbereich. Vielleicht muss ich wirklich wieder zurück zu dem großen Jungen hier. Hm. Da komme ich her. 6 Schüsse? 6 Schüsse. 6 Schüsse. Hm. 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 Moment. Mit dem wir oben suchen sagt. Gut. Das ist vielleicht hier irgendwie hoch. Nee. Da geht es nicht hoch. Das ist echt komisch. Ich habe tatsächlich keine Ahnung wo ich lang soll. wieder hier noch hier unten. Ich würde sagen, ich mache jetzt für heute Schluss. und werde dann tatsächlich mal in eine Lösung reingucken, was ich zu tun habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns also dann bei der nächsten Folge, wenn ich rausgekriegt habe, was ich hier machen muss. Ciao, miau.